Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Ich versuche mich heute mal an Cry of Fear. Ich weiß, dass das Spiel schon etwas älter ist, allerdings habe ich das bis dato noch nie gezockt. Also ich weiß so gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe weder irgendwelche Let's Plays dazu gesehen, noch, wie gesagt, es ist selbst auch noch nie gezockt. Und ich lasse mich einfach überraschen. Ich starte mal, oder? Language mache ich mal auf Deutsch. Wer das jetzt genommen? Keine Ahnung, wir werden sehen. New Game. Los geht's. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich einfach mal Easy nehme. Aber wir wollen ja im Let's Play auch vorwärts kommen und nicht irgendwie stundenlang an einer Scheißstelle stehen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was man in diesem Spiel so zu tun hat, inwiefern man irgendwie knifflige Aufgaben lösen muss oder sowas. Ich nehme einfach mal Easy. Nennt mich ruhig Pussy. Ist gut. Ich will ja auch vorwärts kommen und was schaffen. Okay. Okay. Oh. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it. Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Ja, das kann ich übrigens so unterschreiben. Also wenn man lange Zeit alleine ist und so, dann, ja, nimmt einen das schon mit. So. Ein Kätzchen. Andreas Rönnberg. James Marschent. Jodie Borema. Oh Gott. Was habt ihr für Namen? Die kann ich doch gar nicht aussprechen. Lasse Holmen. Einer Hadlawick. Jodie Borema. Cry of Fear Musik Sind wir das? Musik 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 Hä? Wir haben eine Kamera in der Hand, machen Fotos und dadurch, dass wir ein Foto gemacht haben, ist gerade eine Tür aufgegangen? Wo sind wir? Was passiert hier? Wir öffnen mit unserer Kamera Türen. Okay, da lag ein Körper. Hallo? Bewege ich mich noch? Es ist so dunkel. Hallo? Bewege ich mich gerade? Da passiert nichts. Ah. Okay. Da passiert auch nichts. Das ist echt schwierig gerade. Es ist einfach nur arg dunkel. So eine Tür. Mein Gott, ist das ganze Spiel so? Ist das richtig so? Da komme ich nicht durch. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass der Blitz, also dass ich dann irgendwann nicht eine Tür oder sowas vor mir habe, sondern... ...weiß ich nicht was. Monster oder whatever. Kommen wir von hier oder müssen wir hier hin? Ah, ich habe keine Orientierung. Ich sehe auch gerade keinen X. Ich bewege mich. Aber ich sehe nichts. Hm. Ich sehe nichts. Das ist ein Spiegel. Irgendwann ein X übersehen. Ah, und ich habe schon auf easy gestellt. Oh, und ich hänge gerade trotzdem. Hä? Ich laufe gerade einfach mal. Ich laufe. Oh, ich bin tatsächlich gelaufen. Das Ding hat sich entfernt. Aber hier sind doch gar keine weißen X mehr. Hä? Bin ich hier falsch? Ich habe doch bestimmt irgendwas übersehen. Oh Gott, ich stelle mich direkt am Anfang des Spiels schon doof an. Ha! Ich kann springen! Ich kann springen! Schon mal nice to know, dass man springen kann. Aber, hä? Oh Gott, ich stelle mich gerade wirklich dämlich an, glaube ich. Ich sehe hier nichts. Ha! Das gibt es doch nicht. Ich kann doch nicht bereits am Anfang des Spiels versagen. Ich springe einfach mal wild durch die Gegend. Mache Fotos. Äh? Huh! Achso. Ich bin aus Versehen auf die Leertaste gekommen. Wunderte mich gerade. Hier sind aber auch keine X mehr. Ich habe doch nichts übersehen. Hä? Hä? Oh mein Gott, ist das peinlich. Dass ich hier direkt am Anfang schon verkacke. Oh nein, das ist aber echt gerade ein bisschen dumm. Hm. Kann sonst gerade auch nichts machen. Da muss doch irgendwo noch was sein. Ich muss mich hier sehen. Dieser Spiegel hier irritiert mich auch. Aber da passiert auch nichts. Ha! Hallo. Ich glaube, ich habe die Wand erreicht. Da läuft er nicht mehr. Okay. Ich höre gerade komische Geräusche. Hallo! Ist hier jemand? Irgendwer? Das gibt es doch nicht! Wie dumm bin ich denn gerade? Also in diesem Raum ist definitiv nichts anderes. Auch seine Tür und ein Spiegel. Mit dem Spiegelbild von der Tür. Aber auch interessant, dass wir kein Spiegelbild haben. Naja. Das ist die Tür. Durch die man komischerweise seitlich nicht durchkommt. Naja. Naja! Puh! Bitte, F. Hä? Bin ich jetzt... Bin ich jetzt gerade durch den Spiegel? Echt durch? Konnte man da doch durch? Oh, warte, 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 warte. Hier war irgendwo gerade... Habe ich hier nicht gerade irgendwo? Habe ich hier nicht gerade? Jetzt da rein. Da ist ein X! Oh mein Gott, es geht endlich weiter. Oh, ich bin so ein Noob. Hallo? Oh mein Gott, I'm so scared. I can't... Was stand da? Oh, ich kann so schnell nicht lesen, Leute. Boah, mein Herz klopft gerade so sehr. Aber hier war noch ein X. Okay. Da sehe ich ein X. Oh Gott. Ich höre Geräusche. I'm scared. Oh mein Gott, ich habe... Raste aus, ey. Oh mein Gott. Scheiß die Wand an. Ich glaube, ich habe jetzt gegen das Mikrofon gehauen und generell übersteuert. Das tut mir mega leid. Aber... Oh mein Gott. Scheiß die Wand an. Ah, und das war erst der Anfang von dem Spiel. Oh, mein Herz. Ach, du Scheiße. Wow. Scheiß Spiel. Boah. Voll ein Herzinfarkt hier. Alter Verwalter. Oh. Ich habe hier gerade voll die Schweißausbrüche. Ah. Hu. Ha. I. Hu. Tief durchatmen. Alter. Das können die doch nicht machen.